Ehrenamt ist was ganz Tolles. Ehrenamt bringt einen mit Menschen zusammen. Ich persönlich habe in meinem achten Lebensjahr hier angefangen als Ehrenamtlicher im Jugendrotkreuz und habe einfach gelernt, wie toll das auch ist, anderen Menschen zu helfen. Man verlässt sich viel aufs Ehrenamt, man wertschätzt es aber auf der anderen Seite zu wenig. Also Ehrenamt übernimmt gerne Aufgaben. Das Ehrenamt möchte Aufgaben übernehmen und das Ehrenamt möchte auch zur Wasserrettung rausfahren. Das möchten die machen, weil die das gut finden, anderen Leuten zu helfen. Vielen Dank.